Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Heute habe ich mal eine Frage. Habt ihr die Schau auf Graz App schon installiert? Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass ihr die App verwendet. Gemeinsam können wir Graz sauber halten. 300.000 bei Augen sind mehr als unsere. Danke! .